moin leute was geht hier ist mit der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die mission pinder ghost ollie lösen könnt das ist sehr einfach wir müssen nach frenzy farms dazu leute da ist ein lama naja auf jeden fall ab nach frenzy leute so ich habe leider noch nicht alle missionen fertig weil mir eine mission fehlt die ich nicht lösen kann aufgrund eines bugs aber ich zeige euch die location wo dann ghost ollie auftauchen wird weil sie alle missionen fertig habt könnt ihr einfach hier hingehen genau auf meiner markierung leute hier wird dann ghost ollie erscheinen ihr müsst dann einfach durchlaufen damit der hin und her springen und ihr müsst ihr halt verfolgen und dann könnt ihr den einsammeln das ist genau gegenüber von diesen briefkasten ich zeige es euch noch mal auf der karte leute so genau auf meiner markierung wird dann ghost ollie sein ja dann wünsche ich euch viel spaß und falls euch das video gefallen hat leute schreibt es mir in die kommentare ansonsten sehen wir uns im nächsten video ciao